ich bin es der arter und ich begrüße euch zu einer neuen folge von octopart traveller und wir sind dann klar und ich will versuchen mit ihm hier diese quest zu machen reden wir mal geben hr sind schlechte zeiten für einen fischern sage ich euch es gibt kaum noch plundern in diesen gewässern nur die besser wissen warum wenn ich nur leere netze einhole gemäle mit so ist diese person geben das überhaupt haben wir bekommen allerdings ich wäre umgelaufen und dachte mir so ja klaus war das was die ganze leute wirklich gesagt war also doch ein festgegenstand naja gut habe ich oben im gasthaus bekommen aber die gruppe wechseln kann und ja immerhin hier sei das was ist das meine güte das schmeckt himmlisch also habt ihr mir diese köstlichkeit gemacht um nicht bei käften zu halten denn nicht deshalb aber warum dann was wir nicht sagt die plüten ganz wild auf diese garnieren mit ihnen als köder könnte ich vielleicht wieder meine netze zu geben das würde sogar bedeuten wie ehren die körper zu füßen zu treten aber wie heißt es so schön was sein muss muss sein um meine familie braucht die plundern erhalten tausend wird oder ein mächtiger und mächtige würfel aufrüsten also problem körper es war für sich alle 50 machen war kritische egal damit gab es hier so nicht und wieder raus und nächste dorf gehen stehlen robusta schild es ist schon komisch aber wir gehen einfach keine plundern ins netz leicht war es dumm wieso unkontrolliert aus dem fisch zu fischen und studieren ihn aber mal sehen dann provozieren wir ihn mal gegen die hand beginn und acht feuerbach wir suchen 68 gebrochen macht also auch nicht der hat 35 ergeber der hand endes ein flachmann da oben zu denen aber die rückung ja will ich aber auch gut zu wissen dass auch immer ja rändler leute sparen normalen land hält nicht aus das war wirklich zusammen wir studieren das überding hübsch wir kommen also also noch einmal hoch Letting my arrow fly in Yeah, here we go Oh It's a long battle die quest die wir gemacht haben die ersten ab dass das was man gibt wurzeln aber auch nicht und das ist der effekt wenn du spielst als eine richtige chance dass nur ein der mensch war ganz für dich ziemlich ja also mein ziel ist es dass ich links machen wir uns glaube ich zwei wege entweder mit dem kühler oder anderen dem die berater und haben den ein zu tun hat wahrscheinlich aber keine verfängen ich will nicht auf dem dabei haben sondern besser wir wollen natürlich das schild sammeln das wollte ich nicht gucken bei tressa gab es da lachst und verkäuflich aber sie werden wir auf lebzeiten nicht bekommen bei der 8 prozentige chance willst du mich verarschen natürlich ist richtig lucky so damit bekommen wir auch bei der start als auf jeden fall deftigen push 60 punkte 50 punkte 53 ist genau und elementar ist weniger aber genau ich ergeben sondern aber das ist egal 53 wenn der mensch heißt automatische gelegentlich elementar verringert gelegentlich elementar des ziels aber bei tressa eisensperre wenn man mit dem kriegssperr austauschen den wir keine rüstung an eisensperre verkaufen eisensperre verkaufen und die silberaxt das ist ja noch ich hab auch noch wachst weiß er sich genau robusten schildkammer verkaufen unsere wäste eine darf tragen erst mal aber ich möchte hier mal die haben das hat sich ein bisschen fahren gehen müssen ich brauche ich nicht raus aber es auch nun da geht so ja ansonsten ist natürlich alles ein bisschen und ich reisen und ich will es auch von sofort reisen kann auch braunlos studieren wir ihn 12 mein kostbares ei aus der hand ihr habt es nicht gesehen oder als wenn es gegen eine felsung geprägt ist bei meiner erde wenn es kaputt sein sollte bei der brücke wollen wir in der brücke da noch einer hey wollt ihr euch eine dienstunde anschließen naja das hätte ich mir gedacht die sache ist die die räuberei ist für meinen geschmack zu anstrengen daher möchte ich die bande verlassen doch zuerst muss ich einen ersatz für mich finden das ist eine regel von martas band ihr werdet überrascht wenn ihr wüsstet wie schwierig es heutzutage ist verlässliche gesetzlose zu werden die in sieben dafür knapp also das machen kann der ist sehr hübsch behalte ja muss man machen müssen bei der kippe ist ein aber man muss auch raus mit wem aneinander quatschen muss bei der brücke keine ahnung leicht in die andere richtung der stadt aber dass er umläuft wird mal ein bisschen noch andere leute ja studieren können noch eine wache die wir quatschen können hat er was zum studieren erst mal bestellen wir die wache stimulieren die kette max fp 8 ja gerade studieren wir ihn es geht ein unheimliches gerücht um dass ich kaum glauben kann ein strenger wachmann die leute aus dem indelswirtel sollen einen ausstand gegen die hochgeborenen planen kollegen von der garnison erzählen dass sie eine ganze wagen lang voller wochen beschlagnahmt haben bei dem gedanken kriegt mir das blut in den ladern ich frage mich was der fürst jetzt unternehmen wird auch schon 130.000 die 30.000 so 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 einmal auf spaß na ja ein prozent ist ja so gut gar nichts aber hallo dieses leuchten augen ich muss sagen ich finde gefallen an euch aber wehe mir ihr seid nicht die person nach der ich suche ich habe das gefühl war jetzt mein gesamtes leben nach all diesen menschen zu stehen gutkraut das geht nicht diese frau ich glaube sie können die perfekte frau für mich sein ich habe großes vertrauen in mein schwert fahrlose schlachträger felder habe ich bezogen doch erst als das krieg handkarte wurde mir das klar ich hatte gekämpft und doch nichts gewonnen in diesem augenblick wurde mir klar dass was mir wirklich fehlte eine seelen hören die perfekte frau für mich und diese frau ich kann ich sie dazu bringen mich wahrzunehmen ich glaube da musst du mit dingst hin primrose irgendjemand aber wenn man bestohlen hat und nichts haben dann haben wir halt nichts mehr kommt kommt aber was was primrose holen testen was dem oder oben auch nicht ich habe das immer aber so der Händler oh 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 ja 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 äh Gruppe wechseln und so viel hier raus ach quatsch einfach nur als Test Juuu jetzt zwei Alternativen entweder man muss verfügen oder ich muss verlieren ich denke mal es wird es letztes sein ich denke mal es wird es letztes sein now letten us hunt in letten my arrow fly in truth das war eine bedauerseite kreatur nicht wirklich ja gar nicht ja gar nicht das heißt ich muss nochmal hinlaufen kurze Pause weiter geht's wenn sie sich verfügen nicht produzieren ja weil sich machen egal werde ich weil vielleicht der nächsten folge zeigen wenn ich probiert habe auch das mit dem Mädchen und der Brücke hier als Beispiel verführen geht halt nicht großer Verführung minderjähriger also gut ich werde ein kleines bisschen trainieren ein bisschen Geld fahren damit ich mir die Rüstung leisten kann wir sehen uns dann also muss er sich davon gemacht werden sie langweilig und Kämpfer rumlaufen ein bisschen Musik für mich an und wir sehen uns dann nächste Folge bedanke mich dass ihr dabei gewesen seid und ciao tschau tschau tschau